Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon erkennen kann, aber ich habe jetzt einfach mal die Grafik überall jetzt jeweils eine Stufe runtergestellt. Und ich hoffe, es kommt nicht wieder zu so einem krassen FPS Einbruch, wie beim letzten Mal. Tut mir auch wirklich leid. Und ja, wir sind jetzt in der lauer Eastside und ja, wir sollen jetzt Jackknife finden. Oh, genau. Also Robert Pope. Bürgermeisterkandidat. Erschossen. Jetzt vermuten alle von meiner Schwester oder von mir. Genau, und die Cops sind mir auf den Fersen. Und ich wurde entdeckt. Niemals, leck mich am Arsch. Der Helikopter hat die Gedeckt. Lauf! Nix lieber als das. Uah. Ah. Warum schießt der auf mich? Was habe ich getan? Ich bin nur ein einfacher Fasshand, der durch die Kanalisation, Wasserversorgung oder was immer das sein sollten auch so. Oh, shit. Uah. Es war rot. Ich dachte, ich kann aber was machen. Aua. 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 Lauf doch schon. Ich will nicht sterben, bitte nicht. Nein. Okay, ich glaube, ich sollte mal seitlich laufen. Uah. Hier, noch nicht. Wo sie sind. Wo sie sind. Sie begehen an der Kassion gegen setzende Gesetze. Jojo. Städtische Gesetze und so. La, la, la. Leck mir mal Arsch. Lauf. Da noch vier Tage. Wir hören uns Feuer. Oh, seit ich laufe, ist er noch behämmter. Oh, hier bringt er irgendwie noch nichts. Junge. Ah, hier ist ein Koffer. Gut zu wissen. Ah, die Chargestütze. Ernsthaft? Ich hab einen Koffer gefunden. Blau. Wo ist es hier unter? Uah. Und dann da wieder hoch. Haha. Mich bekommst du niemals. Außer das eine Marathon gerade eben hoch. Schießt mich das nicht. Yes. Safe. Hey, Ratte. Ah. Ehe war das, ne? Ja. Uah. Uah. Ich bin eine stark unabhängige Frau. Lauf. Uah. Okay. Hier hab ich wieder ein bisschen Atemluft sozusagen. Uah. Und nochmal. Uah. Und ja, also wenn die Qualität, also jetzt auch von der Bildschirmauflösung, so komisch sein sollte. Ich nehm gerne Tipps, Ratschlägen, sowas zum Verbessern, weil, wie schon mal gesagt, in annäheren Videos, ich bin nicht der Technik-Spezialist. Ich hab mir alles selbst beigebracht und, naja. Okay. Wo ist der runter jetzt, oder was? Okay, ich muss glaube ich da lang. Und ja, also ich nehm gerne auch Tipps an, Hilfe und die ganzen Kram. Und hoffentlich halt zum Verbessern. Ah. Uah. Lauf. Ich glaube ich muss hier runter. Uh. War run. War run hard. Oh Gott. Oh. Nochmal. War run hard. Nein, was tust du da? Muss ich da runter? Dann muss ich hier lang. Probi mal hier lang. Ja, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Doch, bewegt mich, wenn ein Runner... Oh, lauf. Lauf schneller. Ne, ich bin. Hallo, ihr seid ja wie die Stormtroopers aus Star Wars. Ihr könnt ja auch gar nicht mal schießen. Oh, oh. Oh, gut. Danke. Gut. Okay, schieß nicht mehr. Das ist schön. Hüah. Oh. Oh Gott. Ich wäre schon links tot. Und nochmal runter. Und jo. Uah. Ah. Tata. Wo muss ich angehen? Kann ich das drücken? Okay. Huah. Ah, oh. Ich glaube, da muss ich lang. Ja. Und nochmal hier. Kann ich das drücken? Komm mal hier hoch. Hupala. Und hupala. Boah, es schließt sich ja direkt wieder. Soll der Mist. Ah, jetzt geht die FPS-Karte ein bisschen runter. Ach, was war das für hier? Und, ach, voll verkackt. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Hupala. Achso. Okay. Das war schlicht. Aber mich wundert jetzt, dass wieder gerade so ein bisschen FPS-Einbruch ist. Dabei habe ich das doch runtergeschraubt. Ah. Fein-Tuning ist für ein Arsch anscheinend. 15 Sekunden habe ich Zeit, okay. Und? Boah. Soll es sich abrollen. Oha. Ziemlich hoch. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Ah, so ist er da. Komm nochmal. Ja, wir haben wenigstens jetzt ein bisschen Zeit. Dann passt das auch. Und hua. Und hua. Okay. Und hua. Da, 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 da. Ernsthaft, ich komme hier runter? Bitte nicht. Oha. Ich habe es schon gehört. Ernsthaft, Scharfschützen. Irgendwas habe ich getan. Dass die gleich einfach so krass drauf sind. Bin ich in Amerika? Nur weil ich aus meinen Autos nicht aussteigen werde, äh, will, werde ich erschossen oder was? Oha, da sind die Laser. Oha, ihr habt die Ratte erschossen, ihr Säcke. Lauf. Jawohl. Okay. Pulle dir die Fresse. Schieß nicht. Nein. Oh, oh. Ich brauche Leben. Okay, jetzt. Kann ich das nehmen? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Nimm die. Ach, geil, da muss ich jetzt laufen. Waa. Oh. No. Wo ist sie überhaupt lang? Ah. Waa. Und. Waa. Und. Aha. Aha. Okay. Anscheinend sind die nur auf dieser einen Seite, die Schatz. Dann geht das ja noch. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Waa. 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 Gott sei Dank will ich da nicht runtergesprungen. Ja. Oh Gott. Wenn ich da runterfalle, bin ich definitiv tot. Waa. Waa. Wee. Okay. Oha. Wir sind drin, los, raus, Kaffee. Ha, ha, ha. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Waa. Ha, 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 ha. Okay, ich muss hier hoch. Wahrscheinlich jetzt die Linke, oder? Ja, ha, 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 ha. Nicht. Ich sollte ein bisschen mehr klettern. Ich jetzt halt hier hoch. Ha, 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 ha. Auch nicht, hä. Okay. Äh, probieren wir es jetzt nochmal. Ja. Oh. Warte mal, hier alt war das, ne? Ich muss da ganz hoch, okay. Ha, ha, ha. Ah, jetzt hast du es aber. Ah, okay. Da. Ah, ich glaube, ich muss hier runter. Hoffentlich. Wui. Oh, oh. Oh. Muss ich da lang? Shit. Mecker nicht. Auf dich wurde schon geschossen. Hast du weniger gestöhnt. Ah. 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 Egal. Ah. Perfekt. Und jetzt. Hua. Warrun. Oh. Sollte eigentlich ein Warrun werden. Shit. Naja, proben wir jetzt aber nochmal. Das hier überlebe ich ja. Kann ich hier in die Seite? Hahaha. Aber ich habe Angst, wenn ich mich abrolle, dass ich zu weit soll. Was tut du da? Ach, shit. Ich zeige mich nicht gerade irgendwie von meiner besten Seite. Und, ob. Ich probiere es jetzt einfach mal mit abrollen. Mal gucken, ob ich zu weit springe. Oh, okay. Ich kann mich nicht abrollen. Ah. Komm schon. Warum hältst du dich nicht daran fest? Du hättest dich festhalten können. Ach, shit, ey. Ich merke schon, wird wie bei Omurta, ey, dass ich an so einer Scheißstelle nicht mehr weiterkomme. Hä, was ist denn da? Hallo? Hallo? Du kannst dich ruhig loslassen. Ernsthaft? Ernsthaft? Lass dich los. Verdammt! Kann ich Checkpoint laden? Shit. Äh. Ja, ich hänge jetzt hier. Ja, ich hänge jetzt hier. Und hänge hier. Ah, verdammt. Was soll ich noch alles drücken hier? Ah. Ich habe schon Angst, dass ich jetzt hier neu starten musste. Ach, lass jetzt die... Probe ich immer gleich aus, ob das hier STRG, die Taste war. Ich werde es loslassen. Ah! Man kann doch abrollen. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Scheiße. Ah, diese Dreckstelle. Ah, was tust du da? Mädchen, lass mich schlecht dastehen. Und... Wuuuuh! Ab. Was ist gerade passiert? Na, egal. Alle guten Dinge sind 15. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Ganz frostig. Nicht abrollen. Einfach so unten die Beine brechen. Dann passt das. Ah. Geil. ein Hoch auf den Schmerz. Oh, ich hasse das Mädchen. Ist da... Ist da nicht an der Seite irgendwas ein Vorsprung, dass ich da irgendwie lang klettern kann? Äh. Sieht immer noch Vorsprung aus. Kann ich da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Strikes again. Meine Fresse. Okay. Falls ihr euch das mal jemals tohen wollt, stellt euch nicht so blöd an, wie ich es tue. Dein Ausgangspunkt. Checkknife ist nicht bereit. Wah. Und wah. Wehe. Das ist der Hempentown-Zugangspunkt. Dein Ausgangspunkt. Checkknife ist nicht bereit. Ja. Okay. Und wah. Oh, ich muss jetzt endlich wieder so hochklettern. Oh Gott, nein. Äh. Wah. Geschafft. Ey, das wird ein Spaß. Wah. Ui. Kann ich dir irgendwas machen, dass ich schneller hochkomme? Oder das naht? Achso. Nein. Mädchen. Ich geh mal. Das ist ein Leiter. Wah. Ah. Na gut. Ich glaub, die Hälfte ist schon mal geschafft, oder? Joa, ne. Würde ich mal behaupten. Sprung. 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 Dann komm ich noch tiefer auf einmal. Shit. Ja. Und. Ja. Ah, ich geh mal links. Da hast du nämlich so einen Balken. Hoffentlich kann ich damit was machen. Oh. Was ist das? Kann Fernsteuerung zählen. Das ist... Ah, cool. Haha. Hahaha. Äh, kann? Hallo. Joa, ne. Mal warten. Genießt du die Aussicht, oder was? Die Kopf sind schon auf dem Weg. Ernsthaft? Irgendwann, wo finden die mich? So schnell. Lauf. Woher muss ich? Ich muss da hin. Oh, sind doch wieder. Gebt mir die Waffe. Ah. Huah. Ach, verdammt. Ah, okay, gut. Okay, da haben wir ein bisschen Polizei-Kraft drin stehen. Äh. Ja. Go. Ja. Ah. Okay, ein bisschen außenrum laufen. Oh. Oh. Lauf. Mädchen. Wah. Äh. Und. Äh. Gib mir deinen Schrotze. Ah. Haha. Haha. Ha. Haha. Oh. Verdammt. Ah. Wollte ich irgendwas mit Zeitverlangsamung irgendwie, dass ich das kann? Egal. Laufende Attacke. Sowas ist schon mal ganz gut hier so seitlich. Egal. Komm, gib mir sie. Ah. Ha. Ah. Ah. Hahaha. Rock'n'load. Laufend schießt. Nein. Okay. Das zieren. Ich komme mal schon dem Ziel ein bisschen mehr. Haha. Ah, Gott, bin ich scheiße. Und... Okay, ich stehe jetzt noch mal bald nicht. Ich trete dem Sau in den Chill-Line. Ja! Komm, gib ihm diese Waffe. Oh, scheiß drauf. Lauf einfach. Mädchen, lauf. Mädchen, lauf. Oh, Gott. Ah, okay, ich dachte, ich kann auch so schön so vorbeisliden. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Oder dem Polizist einfach brutal die Fresse polieren. Jetzt weiter, also. Brutal die Fresse polieren. Ja! Ich mach den kurzen Weg. Große Mitterfülle. Lauf! Ha, 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 verarscht mit Kops. Oh, ist das hier oder falsch? Was muss ich überhaupt tun? Ah, ich glaub... Ich hab die Tür und... Auch nicht geschafft. Fuck, fuck. Ziel. Doch, ich muss durch die Tür. Bewegung, Bewegung! Okay, ich polier's auf der ersten Seite auf die Fresse. Das sind ein paar! Zu viel! Shit! Oh, 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 okay. Das wär auch ein bisschen mies gewesen, wenn das geklappt hätte. Okay, ich muss durch die Tür. Für die LKWs brauch ich, glaub ich, ein bisschen mehr Anschwung. Ich darf mal links rum, vielleicht. Vielleicht bringt das ja den... Ich muss mehr warten. Shit! Das! Da, 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 da. Genug gewartet, Attacke! Mädchen, macht mir keine Angst. Oh, ich hoffe, ich komm hier auch richtig lang. Boah. Ah, oh, lauf. Mädchen, lauf. Mädchen, lauf. Okay, warum geht das nicht? Scheiße. Gib mir die Schrotze. Gib mir die Schrotze. Verdammt, gib mir die Schrotze. Stirb nicht. Huuu. Dir klang ich aber die Schrotze. Huah, und huah. Nein, ich hätte doch einfach die Fresse polieren sollen. Und laufen sollen. Aha, aha, aha. Aber linksrum war schon mal besser als rechtsrum. Wow. Jetzt lauf. Ich glaube, ich muss erst mal die Erde totkloppen, um dann in Ruhe zu gucken, wie ich laufen muss. Fire in the hole, ne? Ach, verdammt. Mensch, grad war ich noch besser. Ah. Warum krieg ich die Pistole oder die Schrotzen nicht einfach so vom Boden aufheben? Das wäre ein bisschen nett. Ich weiß noch, wahrscheinlich ist der Eingang richtig leicht zu erreichen. Boah, ich stimme mich gerade einfach zu blöd an, das auf die Reihe zu bekommen. Und, ah, 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 ah. Und die Augen. Ah. Uh. Okay, jetzt laufe ich auch wieder andersrum. Ja. Und dir. Auf. Haha. Haha. Oh, Deckung. Da war es noch einer. Ja. Deine Seele gehört mir. Und. Und. Yes. Haha. So, und wie ist es denn da komme ich jetzt da rein? Ah, ist die Tür. Kann ich. Okay, da kriege ich dich durch. Du, 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 du. Warte mal. Ah. Ah, ey, so ein Scheiß. So leicht geht das wieder. Ach, egal. Jetzt hast du, wenn du es geschafft. Heirate. Ah, ich hätte auf die Uhr schauen sollen, wie lange ich schon aufnehme. Ich will jetzt auch nicht zu lange. Ich weiß, wie leicht war es über den Mord und Tope, also lasst dich nicht von dir verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Ah, jetzt kommt es für die Cops. Securing your world. Klingel. Ja, ne, äh... Ja, ich warte einfach mal. Ah. Ah, schön, dann haben wir jetzt einen Sicherheitspunkt. Ich schreib's auf die rein. Ah, Verfolgungsjagd! Dein Arsch gehört mir! Komm her! Swiggy Swoody, coming for your booty. Ah, mir herkommst du nicht. Ah. Sprengung, als hätte ich ducken, ist irgendwie eine doofe Idee. Real. Komm her! Ah! Wow! Lauf einfach, du Sau, lauf! Verdammt, was tust du da, Mädchen? Wenn du abspringen sollst, springst du dich ab. Und wenn du abrollen sollst, rollst du dich auch nicht ab. Ach, Piss, jetzt hat er wieder so einen Vorsprung. Gut. Du bist da oben. Wo ist denn lang? Da oben! Komm her! Verdammt. Ich glaube, ich muss gedrückt halten, die Faste. Komm her, dein Arsch gehört mir! Kannst du mich in den Korb, egal wie blöd ich mich anstelle. Hui! Und, ui! Okay, nicht gedrückt halten, ne, Luft. Oh, jetzt weiß ich mal so ein Zufallsprinzip mal. Klappt das abrollen mal nicht. Oh, Mädchen! Ta-di-ta-di-ta, ta-ta. Äh, links, ne? Scheinlich. Oder? Du verlierst die Faste. Naaaaaah. Okay. Ich weiß nicht, bin ich jetzt richtig, oder nicht? Hi. Oh, du Bastard. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. We are family. With my brothers or sisters, with me, oder so'n Kram. We are family. No, 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 Attacke! Oh. Attacke! Ah, haha. Oh. Das sah nach Schmerz aus. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Äh, guck ich, guck ich. Ah, okay, jetzt sagt mir, ich soll links rumgehen. Ja. Hui! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, achso. Wah! Hoch und dann. Wah! Und hoch und dann wieder. Wah! Oh Gott! Gib mal Panik, gehst du vorbeispringen oder so'n Scheiß? Haha, geschafft, soll. Wah! Ah, doch. Oh, oh ho. Oh, oh oh. Mödchen! Autsch. Bitte ich von vorne, bitte. Ah, gut. Okay. Nevermind. Wie. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Puck zu tun hat, Jack. Ich hab gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Popper, Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn. Nun, eigentlich ist der nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werd ich nicht. Ich geh zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Wirst du ihm von Jack Nile erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop. Egal, was Kate sagt. Ja, er liegt erst mal so stundenlang nach, schmerznah, verblute und dann... Ach, alles ist, ich geh weg. Ja, er geht zu seinem Wagen. Ich bin Faith, Hates Schwester. Sie hatten ja eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Käpt'n stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Hope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestorben? Kate ist alles, was in der Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das Ihr Todesurteil. Ich nehme Sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Okay. Okay. Das hört sich schon so nach Endboss-Fight an. Aber okay. Gut. Dann danke ich Leute fürs Video schauen. Kann ich sagen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.